Da ist er wieder, der Mr. Godcast, der Podcast, der, was macht der eigentlich, keine Ahnung, der, wo es was auf die Ohren gibt. Und so war es ja in den ersten Folgen in meinem Intro, was ich irgendwann weggelassen habe. Und beim letzten Mal habe ich über meine Push-Up-Challenge gesprochen, weil ja die ein oder andere Frage dazu kam. Und obwohl ich eine Agenda, sprich auch einen roten Faden hatte, habe ich doch noch was vergessen. Deswegen heute noch mal kurz drei Punkte, die ich noch ergänzen möchte zu meiner Push-Up-Challenge bei Instagram. Zwischendurch war ich auch mal kurz auf Facebook damit und dann auch hier auf YouTube habe ich auch ein paar Folgen ausgestrahlt, habe aber gemerkt, dass das eher so ein Format für Instagram ist. Heute drei Punkte. Zum einen das Thema, was ist aus meinen Muckis geworden? Dann kurz zum Thema Kreativität, wo ich der Meinung bin, die damit gefördert wurde. Und das Thema Gewohnheiten, da will ich noch kurz was zu sagen. Viel Spaß und gute Unterhandlung bei dieser Bonus-Folge. So, ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht hier und habe mir die mal auf das iPad gezogen und wollte kurz darauf eingehen, auf das Thema Stabilität. Was ist denn aus meinen Muskeln geworden? Was ist aus meinem Körper geworden? Da ich meine Ernährung irgendwie verändert habe und das als Ergänzung, als Stabil-Training für mein Laufen verwendet habe. Da sind jetzt keine großartigen Muskeln gewachsen. Gleichzeitig habe ich es aber geschafft, die Dysbalancen aus dem Körper so ein wenig zu eliminieren. Dysbalancen heißt, ein Ungleichgewicht in der Muskulatur. Und das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass es Schmerzen rund um das Knie gab. Das fing ja bei mir Mitte März an und deswegen habe ich auch einige Läufchen absagen müssen. Deswegen habe ich das Laufen auch runtergefahren. Und ein Physiotherapeut sagte auch zu mir, dass wenn ich bei 15 bis 20 Kilometer vom Laufen her geblieben wäre, wäre mir das wahrscheinlich auch gar nicht großartig aufgefallen. Da ich aber auf die Ultradistanz gegangen bin und da auch viel ausgiebiger trainiert habe in der Richtung, kamen auf einmal diese Schmerzen rund um das Knie. Und was hat sich jetzt bei mir geändert durch diese Push-Up-Challenge? Ich hatte immer ein bisschen mit Rückenschmerzen, Problemen und auch Nackenschmerzen. Die sind eliminiert und auf jeden Fall die im Rücken, die in den Nackenschmerzen, wahrscheinlich von zu viel Handybetrieb, die sind teilweise noch da, auch beim Laufen. Das hatte ich auch gerade heute Morgen wieder gehabt. Da kann es aber auch sein, dass das einfach daran liegt, dass die Hunde dann ziehen und ich nicht irgendwie eine andere Körperhaltung dann auch einnehme, wie wenn ich jetzt alleine laufen würde. Dann kurz zum Thema Förderung der Kreativität. Es geht ja auch darum, mal etwas Neues zu machen, etwas anderes zu machen und eine Aufgabe in den Alltag zu integrieren. Und bei der Push-Up-Challenge geht es ja auch darum, die Location 25 Mal zu wechseln. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass das eine Herausforderung ist, die mir gleichzeitig auch ganz viel Spaß gemacht hat, nämlich dann jetzt gerade auch im Sommer zu überlegen. Es geht ja jetzt, ich bin jetzt bei Tag 112, 113 irgendwo angelangt. Das heißt, das sind knapp drei Monate, die ich das mache. Und bin aus dem Sommer heraus gestartet und habe dann immer wieder mal auch nach anderen Locations geguckt. Da auch einfach mal in diese Push-Up-Challenge reinschauen, weil da gab es echt coole Locations, zum Beispiel in Wetzlar bei der Firma Leica. Da gibt es einen Kreisel mit einer großen Weltkugel drauf und da habe ich dann auf diesem Verkehrskreisel meine Push-Ups, da habe ich es sogar zweimal gemacht und dann immer, wenn Außenautofahrer vorbeigefahren sind und die hatten das Fenster unten, weil es ja noch im Sommer war, dann haben die auch geschrien, guck mal, was der da cooles macht. Das war schon echt sehr cool gewesen. Ja, und der Fokus verändert sich, weil jetzt auch bei mir gerade so der Fokus auf einer spannenden Tagesaufgabe lag. Natürlich, wenn man das eine Zeit lang macht, dann ändert sich ja immer irgendwas. Ich habe dazu ein Beispiel vom Daniel Kahnemann oder Danny Kahneman gefunden, und der ja auch sagt, dass wenn man Kindern jeden Tag eine Cola oder einen Energy-Trink geben würde, ein halbes Jahr lang, dann würde sich etwas verändern. Und er sagt, dann ist es egal, was du ein halbes Jahr lang anders machst, es ändert sich immer irgendetwas. Das fand ich ein sehr cooles Beispiel, einfach auch, weil sich natürlich der Fokus verändert, weil sich vielleicht auch teilweise der Tagesablauf verändert. Je nachdem, was man jetzt macht, denkt man, von einem Glas Cola trinken, wird sich nicht der ganze Tagesablauf verändern. Aber in einem halben Jahr ändert sich signifikant immer irgendwas. Dann der Punkt 3, wo ich in dieser Bonus-Folge auch darauf eingehen wollte, das ist das Thema mit den Gewohnheitern. Da spreche ich ja auch mit dem Lars zusammen in unserer Podcast-Folge. Da haben wir mittlerweile sieben oder sogar acht Teile auch aufgenommen. Die sind auch bei YouTube zu finden und die sind auch in dem Podcast. Der Podcast läuft ja auf acht Plattformen, unter anderem auf iTunes und auf Spotify und auf Anchor. Und da ist diese Podcast-Reihe zu finden, da reden wir über die drei größten Probleme, warum Menschen nicht aus der Komfortzone herauskommen, sprechen auch natürlich darüber, was diese Komfortzone überhaupt ist und bieten auch Lösungen an, wie du mit diesen Problemen umgehen kannst. Und eine Sache ist natürlich das Thema der Gewohnheiten, die wir in den Alltag integrieren können. Und ich habe mal einen sehr starken Spruch gehört auf einem Kongress für, das war ein Outdoor- und Adventure-Kongress, es ging um das Thema Guiding und Leadership. Und da hat einer von den Unternehmensberatern gesagt, du kannst die Entwicklung nicht abkürzen. Das fand ich eine ganz starke Aussage. Das deckt sich so mit dem, was man auch sagt, du kannst zwar am Gras ziehen, aber es wächst dadurch auch nicht schneller. Das heißt, wenn du deine Muckis trainieren willst, dann musst du einfach auch da dranbleiben und halt auch immer wieder etwas machen. Ja, also von daher viele, die rennen ja am Anfang, am Jahresanfang wieder in die Muckibude, machen dann gleich einen Zwei-Jahres-Vertrag und schmeißen nach zwei Monaten die Flinte in den Korn. Dazu muss man auch sagen, weil ich mich gerade in die Thematik rund um die Muskeln auch mal wieder ein bisschen intensiver eingelesen habe, dass bei Männern und Frauen so ungefähr das Kraftmaximum im Alter zwischen 20 und 30 auftritt. Und mit 25 setzt ja sowieso der natürliche Muskelabbau ein. Das heißt, du musst ab 25, 30 mehr dafür tun, um den Status Quo zu halten. So, deswegen, was will ich jetzt damit sagen? Also, eine rhetorische Frage, auf die ich keine Antwort will, weil ich habe die Antwort ja vor mir und gucke so ein bisschen hier auf meinen roten Faden. Dass Gewohnheiten einfach Zeit brauchen und dass man einfach da dranbleiben muss, sich Übungen raussuchen sollte, die halt auch Spaß machen, damit das Gehirn einen Erfolg beim Training hat. Und du musst einfach, wenn du willst, dranbleiben. Und das Coole bei dieser Challenge finde ich dann halt einfach oder generell bei so Challenges, ob sie jetzt Sinn oder Unsinn machen, das muss jeder für sich entscheiden. So eine Challenge im Netz, wo du quasi Commitment hast mit der Außenwelt. Jetzt kann man wieder anfangen mit extrinsischer und intrinsischer Motivation. Das muss ja von einem selber kommen. Aber mal ganz ehrlich, ich bin der Meinung, dass wir ja alle immer so ein bisschen auch natürlich die Bestätigung von außen haben wollen. Und weil wir Menschen halt auch Beziehungswesen sind, immer wieder von außen so ein bisschen auch mal so eine kleine Zuredung, Zuwendung brauchen. Ich mache jetzt einfach mal den Vergleich mit dem Laufen. Ja, lauf mal einen Marathon, ohne dass am Straßenrand die Menschen stehen und lauf einfach mal einen Marathon, wenn andere mitlaufen. Und wenn auch am Straßenrand werde ich stehen und dich anfeuern. Ich denke, das wird allein schon von dem Gefühl her was ganz anderes sein. Und natürlich auch deine Leistung wird anders sein, weil du vielmehr diesen Kick kriegst auch, dich mit anderen zu vergleichen. Und natürlich auch von außen noch angefeuert wirst. Deswegen ruhig, vielleicht nicht unbedingt täglich, weil der Körper braucht ja auch hier und da mal eine Pause. Aber ich denke mal so drei bis fünf Mal die Woche kann man schon trainieren. Man kann ja auch kleine Aufgaben machen. Man kann ja auch einen Tag als Stretching-Tag machen und auch dadurch die Muskeln trainieren. Der Fabian, mit dem ich hier im Sommer das Movement Weekend gemacht habe, der bietet ja auch momentan so ein Braintraining an. Und auch da in der Richtung kann man ja auch ganz viel machen. Bei diesen sportlichen Aktivitäten noch eine Sache zum Abschluss. Auch wie das jetzt bei mir war, durch die Push-Up Challenge natürlich die Rückenschmerzen gehen weg oder werden gelindert. Es geht jetzt nicht darum, noch leistungsfähiger zu werden, sondern einfach mit dem, was aktuell schon ist, einfach besser umgehen zu können. Das heißt, ein bisschen resilienter, ein bisschen stabiler, ein bisschen ausdauernder einfach auch zu werden, um mit dem Alltag auch gut zurecht zu kommen, ja. Also einfach mehr Wohlbefinden für den eigenen Körper zu schaffen. Ja, das waren noch so meine drei Punkte. Also das Thema Stabilität des Körpers. Darauf achten, dass es keine Dysbalancen gibt und die Kreativität in den Alltag mit einbauen. Der Albert Einstein hat ja auch ein Zitat dazu gebracht. Kreativität ist Intelligenz, die Spaß hat. Und dann auch immer wieder daran denken, dass Gewohnheiten einfach Zeit brauchen. Deswegen finde ich es ganz cool, diese 25-Tage-Push-Up Challenge einfach mal durchstarten und machen und andere mitnehmen. Weil diese 25 Tage brauchst du schon, um einfach so eine Gewohnheit in deinen Alltag zu integrieren. Ja, ich bleibe weiter dran. Ich freue mich auch, wenn du weiter dran bleibst. Schau und höre einfach mal rein in diese Podcast-Folgen mit dem Lars zusammen. Und da geht es auch um die Komfortzone, wie wir aus der Komfortzone rauskommen. Und ich denke, mit kleinen Aufgaben, die wir in den Alltag integrieren, kommen wir auf jeden Fall ein Stück weiter raus aus dieser Komfortzone. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche dir einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Mittag, schönes Wochenende, schönen Wochenstart oder wie auch immer. Wann immer du diese Folge gehört oder gesehen hast oder vielleicht sogar auch beides. Bis demnächst, dranbleiben bei Godcast 4.0, der Podcast, wo es was auf die Ohren gibt und der Podcast für dein Wohlbefinden. Das klingt mega stark. Also dranbleiben, bis demnächst. Tschüss. 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 Tschüss.